ja hallo noch eine runde let's moderate mordhau oder let's look into mordhau diesmal tun wir es mal mit frontline wir gehen mal auf 48 spieler weil ich weiß nicht ob um diese uhrzeit es eine menge leute online sind der letzten aufnahme auf ultra grafik hat alles super funktioniert die aufnahmen die flüssig war ab und zu pixeliert aber das lag an der 8000 oder 9000 ziel rate ich möchte ja nicht dass die dass die festplatte zu sehr vollgeschopft wird mit pixel dateien ich nehme mal die rivale wie viele sind hier drin fünf gegen fünf das ist ja mal ganz in ordnung kämpfen die auch oder wenn sie nicht kämpfen will ich nicht hören ich meine ja also ich meine wenn das hier eher friedlich ist dann fühle ich mich ehrenlos sollte ich daher angreifen würde okay die kämpfe ich sollte ich gehe da nicht rein hat er mich gut okay ist das ein duell naja gut okay ich bin aus der übung oder war einfach nur besser eins zu beidem form es im rivale jetzt kies gut dann haben wir so dass wir ein öffentliches duell ding engare der los och man ich hab doch geblockt vielleicht habe ich zu früh geblockt So jetzt, 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 nice So jetzt aber Was ist das? Will ich da hochkommen, oder was? Mann! 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 Dieser Straßenverkehr hier! So, okay Naja, komm von ran! Entschuldigung Okay X Mann! Wo ist das echt besser? Kein Mann! Nix Auf der Kugel nicht, ey Aha! Ah! Ich bin der Witcher! Ich verstecke mich mal ein bisschen So Du 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 Mein Schwertsichtbuff hat ausgedrückt Jetzt aber Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Du Lidios denn? Ey! Mann, kann man nicht mal ein vernünftiges Duell haben? So. Okay. Coole Mucke. Da ist einer. Er wollte mich, ne? Was ist das denn? Pflanze. Ah, hello. Mann. Oh. Mann. Oh, lass uns mal zuschauen. Wer ist das hier? It's my waifu. Gegen dich. Ah, yes. Und wer wird den Sieg von sich tragen? Na ja. Okay. Also, it's my waifu. Level 22 und hat gegen ihn geschafft. Oh Mann, das bin ich schlecht. Okay. Also ja, ich bin vielleicht nicht so gut, um in die Zukunft zu schauen, aber... Ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Also, um die Moves vorherzusehen, meine ich. Ich halte mich mal an der Kanone fern. Kannst du nicht mal schwingen? Oh Mann. Oh Mann. So, dann warte ich mal, bis er wieder vorbeikommt. Ah. Oh Mann. Shut up. Mann. Mann. Oh, der hat ausweichen. Immerhin, ich habe ein Pferd gekillt. Und ich habe ein Kill. Ja, ich habe das. Das war der Typ. Und Pferd. Ich habe das. Ich habe das. Mann. Ich hätte fast einen Kill gehabt. Nein, wohl 68. Oh. Was ist denn das jetzt? Ich hab den Turm erobert. Hurra. Ah, jetzt kann ich das spawnen. Dann kann ich nicht. Okay. Gut. Oh. Nice. Ich hab Pferdchen. Äh, Pferdchen-Freiheit entgegen. Du bist jetzt frei. Hello. Can you please fight? Und auch nicht. Well. Oh, Mann. Oh, Mann. Was war denn das gerade? Oh, es sind mehr geworden. Ist Tretenflecht? Ach, Mann. Oh. Oh, Mann. Ich versuche auch immer vorherzusehen, ob ich gleich einen Schlag abbekomme von der Seite oder nicht. Ich blocke daher. Aber immerhin, ich hab einen Kill gemacht. Aber das war eher ein Zufall. Würde ich mal sagen. Okay. Oh, Mann. Hör. Oh, Mann. Du bist ja nicht modern. Oh, Mann. Das ist eine Schickl-Stück. Wow. Helikopter, Helikopter. Was zur Hölle war das gerade? Mann, ich hätte gerne einen Knarre oder so. Der da oben hat einen Stein. Oh, der hat doch einen Schatz. Ich versuche immer diese Reposte zu machen oder wie das heißt, blocken und dann sofort angreifen, was der Gegner dann nicht blocken kann oder blocken, keine Ahnung, die blocken schon. Aber es hält mich nicht auf. Was? 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 Hätte ich das nicht blocken sollen oder war er zu sehr blankiert? Da... Oder war da... War da... War da stark... War da stark zu sehr an meiner Flanke. Also hinter meiner Flanke. Verdammt. Ich glaube, ich muss mein Mindset irgendwie verändern oder so. Ich glaube, ich muss mein Mindset irgendwie verändern oder so. Entschuldigung, Pärtchen. Ach man, ich fühle mich so unbefriedigt hier. Ah. Hello. Wow. Yay, Teamwork. Mann! Nein! Mach doch einen Anschluss, Mann! Ach du, kleine Schicks! Mann, den hätte ich doch... Nein, da dachte ich. Oder? Ah, Mann. Ich glaube, ich bin viel zu perfektionistisch wie dieses Spiel. Also ich muss einfach nur besser werden. Oder anders kämpfen, irgendwie. Der Bart hat die Seiten genommen. Jetzt kommen die plötzlich von allen Seiten. Mann. Haben es zwei von hinten oder zwei von rechts? Oder drei? Einer von hinten und einer von rechts. Egal. Ich will hier sparen. Na gut. Äh. Guck, keiner trägt. Oh je. Äh. Mann, oh. Mann, oh. Ah, ich glaube, die Kills sind Assists, die ich bekommen habe. Mann. Ah, so. Ah. Na immerhin, gegen Kavallerie kann ich mich ein bisschen behaupten. Irgendwie. Okay. Okay. Wieso kann ich nicht blocken und sofort einen Angriff machen? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Das habe ich doch gerade beim letzten Block doch machen wollen. Mann. Ich fühle mich so behindert. Ah. Okay, wir nehmen einen. Ich denke, wir können die Bandage aufladen. Auffüllen. Ah. Ah. Und jetzt? Das finde ich doch so ein Pferdi-Boy. Mann, das war ein neuer Rekord, ich habe mich lange gehalten. Der Baum, der hat einen Angriff geblockt. Mann. Das war so unbefriedigend. Muss echt noch besser werden. Mal gucken, wie die Aufnahme so war. Die Temperatur scheint ganz in Ordnung zu sein. Mal gucken, wie es geworden ist. Wie so die Frames sind. Tschüss.